Liebes Trautpaar, das kleine, unscheinbare Wörtchen JA, es ist heute von großer Bedeutung. Mit diesem JA, das sich gerade heute viel ausdrücken muss. Das Wörtchen steht für Zuneigung und Liebe. Alle Beteiligten sehen Zuversicht in die Zukunft und sie beide freuen sich darauf, nun einen neuen Lebensabschnitt mit ihrem Partner zu beginnen. Es gibt meist viele Gründe, eine Ehe einzugehen. Doch eine wesentliche Rolle spielt immer, dass zwei Menschen sich ihr Leben gemeinsam aufbauen wollen. Sie haben gemeinsame Ziele und Wünsche. Sie haben ähnliche Vorstellungen davon, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und sie haben bereits erfahren, dass sie gut miteinander auskommen. Und sie haben auch schon gesagt, dass sie gut miteinander auskommen wollen. Und sie haben auch schon gesagt, dass sie gut miteinander auskommen wollen. Und sie haben auch schon gesagt, dass sie gut miteinander auskommen müssen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020